Kapitel 5 Die Energie Wo treffen wir überall auf Energie? Beim Strom, bei der Heizung, bei der Klimaanlage, beim Treibstoff, Thema Mobilität, aber auch bei der Nahrung und noch viele weitere. Welche sind die bekanntesten Formen? Die elektrische Energie, der Strom in Wattsekunden, Kilowattstunden. Die kinetische Energie, ein bewegtes Objekt hat genetische Energie gespeichert, zum Beispiel ein fahrendes Auto. Dann kennen wir noch die chemische Energie, im Öl, im Gas, aber auch in der Nahrung. Strahlungsenergie und elektromagnetische Energie, beim Licht, Induktionsherd. Thermische Energie, die Wärme, das ist eine Molekularbewegung im Stoff selbst. Dann noch die Lageenergie, wenn wir den Aufzug oder ein Flugzeug betrachten. Diese kommt eigentlich nur durch die Anziehungskraft der Erde zustande. Erhaltung, Erhaltungssatz. Energie kann nur in andere Formen umgewandelt werden. Wir können Energie nicht verbrauchen oder erzeugen. Zum Beispiel eine Glühlampe wandelt elektrische Energie in Lichtstrahlung plus Wärmeenergie um. Oder die Ölheizung. Chemische Energie aus dem Öl wird in Wärme umgewandelt. Beim Auto auch chemische Energie in Bewegung oder Solaranlage. Eine Strahlung wird in thermische oder in elektrische Energie umgewandelt. Dann gibt es noch die Verluste. Was ist das? Verluste werden meist in nicht nutzbare Wärme wiedergegeben. Daraus ergibt sich ein Wirkungsgrad. Wir haben die nutzbare Energie oder genützte Energie im Verhältnis zur zugeführten Energie. Als Beispiel ein Herd. Ich führe die Energie in Form von Strom zu in die Herdplatte. Diese wird warm. Die Wärmeenergie wird auf den Topf übertragen. Und von Topf aufs Wasser. Und im Wasser noch auf die Nahrung. Zwischendurch geht viel Energie sozusagen verloren in Form von Wärme. Wir heizen damit den Raum auf. Oder beim Fahrzeug. Ich tanke Benzin in chemischer Energie und erhalte zum Schluss ein erfahrenes Objekt mit Bewegungsenergie. Als nächstes werde ich dann über den Strom sprechen.